Ich bin auch gerade dabei Rehe zu schubsen und Kannibalen anpöbeln. Ja, anpöbeln von Kannibalen mache ich auch gerne, die Kack-Noobs. Die Noobs, lelele, die sind besser als du. Die sind besser als deine Mutter. Weil deine Mutter ist ein richtig schlechter Mensch und ganz, ganz billig. Es ist unfazbar. Okay, Junge, nee, jetzt bin ich gleich wieder unten. Ja, hast du gerade neben dem Hoch rausgepennen. Komm her. Gleich, Baby. Komm jetzt, Babygirl. No. Komm, Babygirl. Negativ. Dann geh irgendwo anders pennen. Bin am Schlafen. Schwanz, Alter. Junge, du Schwanz. Ich glaube, du bist ein Schwanz. Unterfickte, du Hurensohn. Halt deine Frisse. Oder ich fick deine Mutter jetzt. Oh. 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 Die Baumhaus ist so viel cooler als das andere. Bist du bei mir? Mach mal speichern, Bro. Mach mal speichern, Bro. Mach mal speichern. Was ist? Was passiert? Nix! Tag 41 Lol 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 Ähm, geben wir jetzt mal die Hülle Äh, nö Bitte lass mal jetzt die Hülle, Digga Ich hab keinen Bock mehr Ich will einfach endlich da reingehen Ja, guck wo sie ist und dann gehen wir Ich schwör Nein, du Idiot Spaß, ja Wir müssen zu diesem großen Baum Weißt du, wo der ist? Ähm Der ist bei Leila Jetzt mal ehrlich, weißt du, wo der große Baum ist? Ähm Boah Boah Also ich weiß, dass der zwischen hier der Base und zwischen der roten Base ist Ich glaube circa Mach mal Karte aus Und dann schau Ja, da seh ich den großen Baum, wenn ich Ja, ich weiß grob wo der ist Musst mir aber folgen Ja, ich folg dir Ähm, da sind Leute drin Lol Alter, der hat die Tür ja recht kaputt Alter, geh raus, du Kack nu Alter, jetzt haben wir ihn so eingesperrt Alter, sieht aus wie Leatherface Alter Du hast Rechte kassiert Alter Da, 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 da Ui 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 Hörst du noch einer, Lell? Hier, ich hack den Kopf für den Arm Aber ich verkaufe meinen Körper Boah, Leute, ich hab das letzte Bein mitgenommen Du Schwanz Alter, ich hab 10 Molotows oder so So kurz, bis mein Bein fertig ist und dann können wir los Ich ruhe mich grad noch aus Alter, du fandest es nicht so lecker Nicht so lecker Warte, ich muss nochmal essen Okay, du Noob Noten Grinder Alter, wir haben kein Fleisch mehr Das war's nochmal mit nochmal essen Mir fehlt mal wie immer ein Knochen Okay, komm, gehen wir los Aber ganz, ganz billig Kommst du? Wo bist du? Hier außen Ah ne, hier sind Gegner Hier sind Gegner Hast du ne Tablette mit? Keine Ach eine Hast du gemacht? Ja, gut Jo Gucken, ob die Base da noch ganz ist, wenn wir da sind Du darfst nicht zu viel laufen Meine Energie geht langsam weg Also ist jetzt weg Alter, was macht der denn da? Alter, der ist ja richtig aktiv Richtig aktiv Und dann weiß ich noch aus dem Kopf ungefähr, wo die Höhle ist Einfach nur die ganze Zeit geradeaus und am See orientieren Komm, wir gehen weiter Also es wird gleich eh wieder Essen-Probleme bekommen, wie immer Ja, wir müssen einfach das ein oder andere Tier töten, wenn wir es sehen Da wird doch bestimmt noch ein Pistolenteil sein oben Ja, da war eins Beim Baum Ja, wir haben doch so Bilder, you know Ja, ja Glaub mir, die wird nicht krass sein und dann immer wegen Muni Das ist glaube ich für den Endfight Weißt du, was ich mein? Da wird die strong sein, denke ich Ich denke, die wird schon Also ich habe die einmal in Aktion gesehen Ja Und die Sachen sind schon strong, aber die sind halt nicht Die ist ne Höhle, ne? Ja, aber ich weiß nicht welches es ist Ja, scheiß auf die, die gehen wir später Die haben wir, die haben wir, warte Lass ich mal auf die Karte gucken Haben wir jetzt auf die Karte Ja, die ist neu Eine Ahnung was da drin sein wird Vielleicht der Bogen Weil da wo wir jetzt hingehen, ist glaube ich nur Taucher Aber du bist schon ein Löwe Du bist ein Tiger Gucci, Italia, Hayspex, Kaviar Hörst du Bushido? Ja, auf jeden Fall Hörst du Bushido? Ne, ich habe einen nicht mal von dem mal gehört Ja, aber ich sag dir ehrlich, Bushido ist einfach Legende Ja, Bushido ist Legende, ja, das stimmt Aber auch seine Songs, ich sag dir ehrlich so Man kann halten von dem was man will Auch von seinem Polizeischutz Alter, was der gerappt hat, was der für eine Legacy hat Ist einfach nur krank Das ist auf vielen Stufen einfach Sehr krass Der ist halt sozusagen, der ist wie Ronaldo Aber Kollegah bleibt Messi Ich bin generell am überlegen, irgendwann mal ein Video zu machen So der Goat für mich im Deutschrap Rückt dich aber keiner an Ja, das stimmt Ist ja egal Du musst eng einen YouTube-Trend machen und so Ich mache einfach mal Videos, wo ich einfach nur J-J-J-J-J-J-J heute ist Hasenpartytanze Also, man, bitte nicht unterkühlen Also mir kann das ja nicht mehr passieren Sorry Papa Das Loch sieht schon krass aus, Wartenergie Riss von mir ne 10er PSN Karte wenn du das Loch runterspringst Ehrlich? Niemals Ich krieg nie mal wieder meine Sachen Und überlebst Jo, ist unmöglich So, auf welche Richtung müssen wir gehen? Rito Hä, wo bist du? Guck mal hier, unten ist auch noch eine Höhle, gell? Noll Ist das, das ist sie vielleicht sogar Weil ich glaub, da vorne ist doch der Baum, oder nicht? Ja, da vorne ist der Baum Ah, nee, doch nicht Da vorne ist kein Baum Stimmt, wir müssen noch weiter Ah, nee, hier in der Höhle waren wir schon mal In der Höhle waren wir schon mal Kannst du dich noch erinnern? Nee, was war hier? Hier, vorne ist auch ein Eingang Von der Höhle Guck hier Jo Kenn ich mich nicht Hey, Wandel Wo du dich so abgefuckt hast Ich weiß nur, Penis Ich weiß nur, Jarak Ich glaube, wir müssen einmal nur hier Ja, ich glaub Ja, 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 ja Ich weiß, wo es ist Ich weiß, wo es ist Mutter, du bist so weit weg von mir Ist denn ARK auch so? Ne, ein ARK ist genau andersrum Spaß, ein ARK ist nämlich gar nichts, im ARK kann man gar nicht Dingsen. Guck mal hier. ARK ist so viel geiler. Aber DEV ist auch schon sehr geil. Was ist denn da? Lol. Hast du Essen was du braten kannst? Ne. Nein. Nö. So. Nicht richtig. Lass mal in den Container. Ja, da ist nichts drin. Auch in den anderen? Das sind nur PC-Teile, da war ich schon drin. Hier oben ist glaube ich ja, hier oben fängt ein Ursprung in der Höhle, gell? Ist das die? Ja, aber das ist der nicht. Nein, nein, das geht so in eine Spalte. Aber das kann... Ne, ne, das ist in einen Wald. Weil, hör mir zu, hier vorne ist jetzt gleich der Dingsrum, ist der Baum. Ne, ne, also ich kann mich noch dran erinnern, das... ...meine ich. Und da muss man einfach nur geradeaus, wenn man ganz umhofft... Aber das kann ein anderer Einweg sein, das wird ein anderer Weg vielleicht sein. Ich denk schon. Aber ich wär mir da nicht sicher. Lass Koffer lupen. Oh, ne Bierflasche. Alter, zweimal Tabletten, gell? Strong. Komm mit. Boah, die ist ein Hase, ich kill den mal gerade so süß. Sniper-Elite. Oh, alter. Der Shot war clean. Der Shot war clean. Nimm das Fleisch mit. Hab ich. Nimm auch das Fell mit, weil das brauch ich nicht. Ich hab ich, hab ich. Hier drin könnte die jetzt irgendwo sein. Ja, die muss gleich irgendwo sein, weil hier vorne ist der Baum gleich. Wenn nicht, musst du einfach nur nach oben laufen. Alter, hier ist doch ein unzerstörbarer Baum, gell? Guck mal hier. Was ist da? Ne, ne, das ist der Baum nicht. Der war schon auf den ganz Großen da. Ja, ja, der ist hier vorne, der Baum. Alter, ein Pickel. Also das könnt jetzt hier, wenn wir hier einen kleinen Sitz finden. Falls wir ihn nicht finden, müssen wir einmal einfach ganz nach oben. Dann ist das easy, weil da müssen wir nur geradeaus... Ne, ne, der Baum ist hier, ich hab mich hier gesehen. Da vorne. Genau. Genau. Aber hier müsste jetzt irgendwo ein kleiner See sein. Ja, wir müssen einfach nur geradeaus. Da war bestimmt ein anderer Einweg dahin. Mein Opa hat 99 Misscalls. Ich glaub bei mir, ja ja bei mir. Oder? Ja ja bei mir. Das wird das, das wird das sein. Safe, safe. Safe, safe. Und da kann man auf Pläne nochmal so sehen, komm einfach zu mir. Warte. Was? Ich ruhte grad Koffer. Ich ruhte grad Koffer. Ich ruhte grad Koffer. Ich muss grad das Tier töten, Bro. Ich muss grad das Tier töten, Bro. Sonst bin ich miese tot am Hunger drin. Bist schon drin? Nö, ich bin hier. So, hab das Fleisch. Ich muss unbedingt jetzt was essen. Was? Ja. 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 Ich ruhe. So bin wieder cool mit essen. Let's go. ja einfach mal wieder wer will mir was tun wer will was machen wer 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 will mich ficken wer will mich ficken woher kam der schwanz her woher kam der digga noch mal einmal drauf du schwanz maut ja süd berlin west berlin represent ist das der pilot hier ist geld hier ist ein arm auf süß mal schutzer kaufen komm her hier ist noch dings rum was denn hier gehts noch hoch ah warte nein nein wir gehen nicht nach oben es ging nach unten komm 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 lag da aber mir nicht egal lel hier also hier gehts tiefer aber ich glaub da geht also in dem video gehts tiefer die digga also hier Mutter. Ja ging tiefer muss. Ja. Wo war das hier? Warte. Egal geh ich noch mal nach unten.